So, wir starten mit der zweiten Runde. Ich tue noch etwas trinken. Gut, wir starten mit dem Boxerlauf. Die Arme schön strecken, bereit machen und los! Go, go, go! Schön ziehen. Du kannst ein wenig hinkern und ein wenig vorne. Ein wenig hinkern und ein wenig vorne. Und noch ein wenig hinten. Ein wenig vorne. Weil das zu streng ist, kannst du einfach längsämmen. Ganz langsam hoch, es geht auch ein wenig schnell. Und noch 10 Sekunden. Durchbeissen. Unten der Hinkern. Und vorne. Gut, 10 Sekunden Pause. Nächste Übung. Liegestütze hochkommen. Viermal Mountain Climber. Und wieder runter. Und los! Liegestütze und viermal vorne. Liegestütze und viermal vorne. Und go! Wenn das streng ist, kannst du hier einfach ganz normal vorne kommen. Mit den Beinen, wenn du willst. Zwischendurch die Liegestütze und wieder ganz langsam vorne kommen. Und es geht. Liegestütze und schnell. Eins, zwei, drei, vier. Liegestütze. Eins, zwei, drei, vier. Liegestütze. Eins, zwei, drei, vier. Und go! So! Gut! 10 Sekunden Pause. Als nächstes machen wir sprungene Lunches. Und es geht los. Sprungene Lunches. Du kannst die Arme gegen vorne strecken. Wenn das anstrengend ist, machst du einfach ganz normale Lunches. Wichtig! Mit dem Knoi fast bis am Boden. Wenn du Knoi Probleme hast, dann nur wenige. Dann wirklich nur kleine Ausfallschritte. Und wenn es geht, ganz runter. Gut! 10 Sekunden Pause. Als nächstes Crunches. Führer und hoch. Und go! Führer und hoch. Führer und hoch. Ja, tip top! Und wenn das zu streng ist, dann kannst du einfach unten bleiben. Und nur die Schultern vom Boden lösen. Lockern und das geht. Führer und hoch. Noch 10 Sekunden. Gut! 10 Sekunden Pause. 학 kaldenderer und vorausen. Rnek AREN Nächste Runde. Liegestütze. Und hoch hoch. Vierf Mal anfäsern. Und los! Liegestütze. Und anfäsern. Liegestütze. Und anfäsern. Wenn das streng ist, kannst du nur runter. Ohne Stütze wieder aufstehen und ohne Gewindigkeit füllen, Abwärtsstütze hoch, 2, 3, 4 und das geht mit mittleren Stütze und schnell und go. Und immer schlafen wieder zu, gut Pause, 10 Sekunden und wir kommen wieder vor mit den Beinen hoch und go. So, 3 Sekunden, schön hochkommen mit den Beinen, hängen wieder hoch, auch hier wieder bestreng ist, ein wenig weniger, nur mit Tesseln runter und wenn es geht, hochkommen. Und noch 10 Sekunden dranbleiben. Gut, 10 Sekunden Pause, wir gehen wieder runter in Liegestütze Position, Liegestütze viermal, Mountain Climber füllen kommen mit den Beinen. Bereit machen und go. 1, 2, 3, 4, Liegestütze. 1, 2, 3, 4 und go. Noch 15 Sekunden dranbleiben, bis heute zu streng ist. Ein zu vorne kommen, ganz locker zwischen durch, Liegestütze, ohne Geschwindigkeit. Gewisse am gäblichsten geht. Gut, 10 Sekunden Pause. Und wir machen wieder die gesprungene Lounge. Jetzt die Arme auf die Seite. Und hier wieder, wenn es zu streng ist, machst du nur die normale Lounge ohne Sprung. und wenn es geht, sprungene Variante. Und 10 Sekunden Pause. Du kannst wieder auf das Vögel. Und wieder vorne kommen, Füße berühren und go. Wenn es zu streng ist, rufst du wieder um die Schultern vom Boden. Und das geht bis ganz vorne. Noch 10 Sekunden dranbleiben. Und gut. 10 Sekunden Pause. Gut, wir starten wieder. Wieder mit Kniebeugen hochklatschen. Kniebeugen hochklatschen. Wenn das zu streng ist, machst du nur normale Kniebeugen. Dann kannst du auch oben gleich klatschen dazu. Und wenn es geht, sprungene Variante. Noch 10 Sekunden dranbleiben. Super. Kurze Pause. Wir machen eine Minute Pause, trinken etwas. Und wir sehen uns im nächsten Clip. bis zum nächsten Mal. Und dann sind wir einfach mal unter,